Yo Leute, was geht? Herzlich willkommen zu diesem wunderschönen Video mit dabei ist der liebe Apostel. Ja, moin. Duo gegen Squad, wir beide. Auf geht's, ja? Wir haben uns jetzt ein bisschen warm gespielt, die letzten Runden. Und ich denke mal, dass wir jetzt auf jeden Fall beide mit so einer locker easy 12-13 Killrunde da rausgehen sollten. Easy. Wir sind beide heiß, wir haben beide Bock. Und wenn wir jetzt ein bisschen Glück haben in Paradise Poms, dem neuen Tilted Tower, ja? Schöne Waffen finden, Philipp. Dann geht's ab. Gehen wir ins große, böse Haus. Ja, moin. Der große, böse Haus in the floor. Leute fragen immer wieder, wann machst du was mit Apostel? Und ich sag doch, ja, schaut euch doch seinen Kanal an. Und dann sagen die Leute, aber wir wollen, dass du mit ihm spielst. Und ich denke mir so. Nein, was? Kinder, Schlacht, Junge, was? Bitte. Ich hasse das Spiel. What the fuck? Von unten, von unten, von unten, von unten. Oh, was? 100. Wie kann das sein, dass ich ihn mit einer Shotgun, mit einer Pram 16 Schaden gebe? Und er mir mit einer, rauen Dreckspam, 100.000 in mein Gesicht. Ich hasse das Spiel. Das zählt ja nicht. Das war ja nur, dass wir uns ein bisschen warm machen wollten. Nein, nein, wir haben keine Socken heute. Ah, ich soll meine Socken ausziehen? Ja, ja, das ist deine erste Runde. Eins, zwei. Ich ziehe auch meine Hose aus, warte, ja? So, dann spielen wir jetzt in Unterhose, Philipp. Alles klar, auf geht's, Digga. Paradise Palms, oder? Ja, moin. Kommt hergefahren, warte, warte, warte. Lecker. Achte, große Haus. Ich cover fire. Ich kann es nicht sehen. Achtung, genau. What the fuck? Holy shit, bro. I'm down. Oh, mein Gott, hier kommt jemand. Er wird mich töten, Philipp. Aber nicht, wenn du ihn zuerst tötet, mein starker, starker schwedischer Wikinger. Ja, moin. Ja, ich habe keine Hose an, Thomas. Das ist richtig. Was? Spasti. Wir tryharden gerade. Das ist Unterhausen-Game. Und ohne, Digga. Keine Materialien! Ja, Gegner, er ist dich. Einer von denen ist sehr low. Hinter dem Bus ist sehr low. Ja. Lecker. Kopfschreif? Rechts war auch noch einer, vorsichtig. Oh no, hier sind halten. I don't know. One hit. One shot. Er ist one shot. Hab ihn. Philipp. Lovely. Sehr gut. Sehr gut. Sehr gut. So, und jetzt wird hier weiter eliminiert, Alter. Nein, Bruder. Sag nicht, dass du dir reingehen willst. Kommst rein mit mir. Okay, warte, Bruder. Ich... Oh, damn. Oh, Philipp. Nee. Es leben noch zehn Leute. Was? Wie kann das sein? Wir haben so wenig Kills. Ich habe den Leuten eine 90-Kil-Runde versprochen, Alter. Das schnellste Spiel der Welt, Junge. Alter. Auto vor mir, Auto vor mir, Auto. Treffe. Gegner hinter mir. Ich habe keine Ahnung, Junge. Wir haben ein großes Problem. One down. Die andere... Nein. Oh, Sonne. Ich habe zwei HP. Ah, ich reiß dich. Nein. 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 Wir wurden gesandwiched. Egal. Das war schon mal gar nicht so schlecht. Jetzt versuchen wir das nochmal richtig, okay? Oh, mein Gott. Philipp, ein Bede, du klärst mal dahin. Komm her. Was? Oh, f***. Philipp, ich habe keine Waffe, ne? Oh, oh. Was? Achtung, hinter. Oh, nicht drin. Beide fallen. Unter. Unter mir. Ich kann es nicht schießen. Fallschaden töten. Beide? Ja, ja, ja. Und mir gegen den westlich. How the hell did you steal that kill? Unter mir. Ich komme, Junge. Nein. Ich bin ein Junge. Nehmen wir es. Nehmen wir es. Wieder. Wieder. Der dritte Leben. Ich steck's. Recht. Ich weiß nicht, ob wir das überleben. Ja, Bruder, hier. Lecker schmecker. Hier ist noch irgendeiner genockt. Einer von denen muss noch irgendwo genockt sein, wenn ich mich nicht irre. Auf der Straße. Nice. Wo? Oh, so viel Loots auf der Straße, Junge. Wo ist der Typ? Äh, Sebastian. Hopp. Treff. Sehr gut. Äh, westkliere? Westkliere? Einer noch. Eintritt. 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 Oh. Merk. Kopftreff. Eintritt. Oh, nice. Bro. Huf. Lecker schmecker. Zone kommt, Philipp. Wir müssen los. Es leben schon wieder nur noch 23 Leute. Philipp, wie ist das möglich? Wie gut findest du meine Deutsch heutzutage, Junge? Dein Deutsch heutzutage ist der absolute Wahnsinn. Ja, vielen Dank. Du hast sehr viel gelernt. Ja. Ich rede ein bisschen mehr. Äh, heute und... Oh, äh. Oh. Drei Gegner neben mir. Unter mir. D4, Junge. Achtung! Bro, mein Shotgun keeps trolling me. Bitter sterben, ich habe keine Zeit mit dir. Ja, moin. Mehr Gegner sind besser. Unter uns? Ja, neben. Kannst du sehen? Oh, ja, ja, ich sehen. Bitter. Bitter. Keep... Don't stop the music. Stop stealing. That's what I meant to say. What the hell? Ich habe ein kleines Problem. Zwei genockt. Nein. Philipp, ich habe zwei von dem Gegner genockt. Du musst kommen. What? Das ist nicht fair. Und jedes Mal, wenn ich jemanden nocke, wird er wieder hochgezogen. Ah! Hi, hi, hi. Nochmal. Uh! Auf geht's. Paradise Pumps. Neue? Ah. Immer ein neues Start, Junge. Okay. Böses, großes Haus, Philipp. Und dann müssen wir mal bis zum Ende überleben, Alter. Es ist nicht wahr. Es ist gerade einfach... Es ist einfach nur... Belasto. Belasto wie der Müsli-Riegel, Alter. Belasto. Der Keks-Riegel schmeckt enorm und hält in Form. Das ist schwer. Cut. Oh. LOL! LOL! I hit him right driving with the sniper. Nice. This guy is dead. Ich sehe vier Gegner. Fight it. Und wir climb next. Another one. Und der letzte... Oh? Nördlich? Oh, hinterher, hinterher! You're my life saving! One more, one more. Ja, ich weiß! You can do it, bro. You can do it. Noch einer, noch einer. Ja, bitte. Bitte, ja. Komm, mach mir auf. Ich schieße in den Tod. Oh mein Gott! Nein! Nein! Das kann doch nicht wahr sein! Kommst du her, du fucking Hurenzone? Wo? Oh, Philipp. Jetzt aber an der Stelle auch mal. Saudi Springs, Fedeb. Ich sag's dir. Ja, moin! Einer bei mir im Haus. Ist der Typ komplett alleine in Saudi gelandet? Nein. Wo? Äh, auf dem Wackstein. Oben drauf? Ja, auf dem Wackstein. Vielleicht hat er gerade ein anderes Spiel gespielt. Ich weiß es nicht. Neben mir? Keine Ahnung. Das ist was. Ich denke es. Ein Klo. Ähm, die Leute stehen hier nur rum. Die machen nichts. Das war gerade der zweite. Hier riecht es verbrannt. Irgendwas riecht hier verbrannt. Irgendwas brennt bei uns. Ach, ist jetzt auch egal, Philipp. Ich geb wirklich mal hinterweilen. Also, okay, Philipp. Es leben noch 29 Leute. Wir haben full life. Wir haben gutes Equipment. Wir müssen das Spiel gewonnen, Junge. Wir müssen dieses Spiel gewinnen. Wirklich. Ja. Ich will und ich kann auch nicht mehr. Mein Herz ist brennt. Und mein Bizeps auch. Ich hasse es, by the way, hier reinzugehen in dieses Scheißloch. Hast du alles? Okay. Das finde ich jetzt ein bisschen überzogen. Okay. Lass uns einfach jetzt mit drei Kills gewinnen, okay? Wir haben davor bereits gezeigt, was wir können. Nämlich einiges. Wo denn, Bruder? Vor den Daten. Und wer ist denn? 300. Nein, nein, nein. Ich schieße. Das Idiot ist nicht. Ja, ja. Achtung. Wow, fuck. Ich verstehe. Ich komme. Bitte schieße mich, Junge. Unter mir. Was? Was? Huh. Nice one. Where the fuck? He's going to finish me again. Right beneath me. Bro, you can do it. Ja, moin. Bitte. Einer bei mir. Einer bei mir. Hinter dir. Reloaded. Noch einer. Du hast das, Bruder. Du hast das. Er wird mich finischen. Er wird mich finischen. Er wird mich finischen. Du kleine Hurensohn. Du kleine. Oh. Oh. Stop. Stop. Scheiß drauf. Ich gewinne das jetzt einfach. Es ist mir egal. Geh jetzt einfach hin. Ah. Oh mein Gott. Oh. Leute, das war's von diesem wunderschönen Video. Passt einen Daumen nach oben da. Auf Wiedersehen. Schaut mal Posten vorbei. Tschüss. 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 Tschüss.